Ja, Niki, du hättest fahren müssen! Ja, nehm ich jetzt auf? Ja, ich nehm jetzt auf, ok. Wow! Ich hab wieder die FPS-Anteil da oben. Geil. Scheiße. Jeder will deine FPS und deine Grafikkarte sehen. Ne, Grafikkarte sieht man da nicht. Au! Man sieht nur die Frame. Game. Game, Render und GPU. Na, Mist. Aber wenn ich jetzt F10 drücke, muss ich meine Aufnahme dann beenden. Scheiße. Dann, ja. Ach, Mann. Wieso flieg ich denn so weit weg? Ich... Hä, wieso... Bin ich denn so weit weg geflogen da gerade? Juhu! Ich bin aber... Ach, meine Frist ist das dumm. Alter! Du kriegst ja gerade gar nichts. Was ist denn da los? Nee, ich bin gerade richtig kacke immer wieder. Na! Da geht doch! Ja, was... Was ist die Phase? Na, wollte nicht in die Mitte spielen. Weil ich da gewartet hab. Was? Wir sind... Na, ich hase den Ball manchmal. Er ist einfach... Er ist einfach unter mich durchgeflogen. Dann. Neul. Vorlage! Das ist Vorky. Das ist Vorky. immer diese sozialen interaktionen die menschen versuchen zu machen das erschreckt also wie ich sagen wollte immer diese sozialen interaktionen die irgendwelche leute machen wollen immer geschrecklich größtenteils ist das leider bei rocket Trashtalk oder toxic behavior jawohl Mist Wow Oh Scheiße Ah, nein. Nein. Wow. 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 Juh! Na moin. Wow. 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 Warum nicht? Da waren sie jetzt selbst dran schuld. Ah Mist. So, how DID das denn... Oh wurde das gemacht, ich Boys. N ashamed. Ich will die Jetzt. Wo ist ja? Nein, so schnell war er jetzt nicht, Niki. Ja, aber ich war nicht in der Mitte, richtig. Ah. Ah. Fuck. Jetzt weit nach hinten gefahren. Okay. Nein. Lol. Ja. 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 Er hat ihn selber reingemacht. Er hat ihn einfach reingemacht. Hä? Hä? Ich meine, danke, aber why? Er hat ihn einfach reingemacht. Er hat ihn einfach reingemacht. Oh, shit. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab' den Buß verpasst. Oh. Oh. Fuck. 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 Nein. Kann er nicht anders springen wollen? Okay. Okay. Ich hab' keinen Buß mehr. Nein. Huh. Jawoll. Ja. great. Oh. Zugene ich hatte ab- ... ... ... ... ... Oh... Der ist so hoch... Der hat aber ne Geschwindigkeit drauf, er leckt mich am Arsch. Und noch drei. Okay. Okay! Hahaha. Okay. 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 Bitteschön. Haha. granted was, nein. Ich wollte auch mein Tor haben, da wär so reingegangen. Chua. Ne das war so angedacht der Fass. Der wäre auch so reingegangen. Ich hätte sogar noch fast verkackt. Nein. Mano. Doof. Oh, shit. kein müß Scheiße Drehtel Oh Oh Mäus Ah, da ist der Dicke aufgewacht hier mit seinem Dribbeln Zack Gooooot Zack Aufgewacht Aufgewacht endlich hier Mit seinem Schläfchen Mittagsschlag hatte ich die machen noch Als der aber keinen Ball vorhin getroffen hat Ah, jetzt hab ich's gecursed Toll, Kevin Gehört mit 15 gegen die Wand gedrückt zu werden, ist nicht so cool Ne, ich glaube nicht Ne, ich glaube nicht Sehr schön Ah, für Shit Oh 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 Ne Was Oh Die haben verkackt Deblicken Oh Deblicken Boots No Oh 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 Vielen Dank. Nein, dieser Kackpfosten. Gibt es die Muted? Ja. Weil immer wie man weiß. Die merken das ja nicht. Manchmal merken die das ja nicht. Wer merkt das nicht, wenn ich aufnehme. Achso. Zwei kurze Bildschirme, da ist eine Aufnahme. Die Tür ist eigentlich auch offen. Auch, Mann. Da kenne ich das Problem. Nie wird die Tür geschlossen. Boah. In den sehr seltensten Fällen wird die Tür geschlossen. Ja. Ach komm. Mein Schuss hat nix dazu beigetragen, dass er nicht in unsere Richtung fliegt. Nein. Das war nicht meine Absicht. Oh, oh. Null. Fuck. Verlängerung. Mal wieder. Verlängerung. Eine etwas längere Rocket League Folge dann. Oh, na. ja verkackt da schlecht wir haben bis jetzt 1 gewonnen 1 verloren ja 1 gewonnen 1 verloren ach so ja so meinst du das ja so meine ich das ja komm ein gt kriegen sie stopp